Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 6. September 2024. Und unser DAX hat sich zum Donnerstag, naja, hat die Büchse nicht so richtig aufgekriegt. Ja, er hat sich promiert, er hat sich bemüht und schlecht war das nicht, aber irgendwie fehlte einfach so ein bisschen die Kraft. Wenn wir uns zurück in den Sinn, was wir sehen wollten, haben wir gesagt, unten sollte er nicht unter die 500 runter, das würde er sonst nach unten Bewegungsspielraum aktivieren. 450, 360 und so weiter, hat er nicht gemacht. Wir haben gesagt, wenn er oben zaubern will, soll er über die 600, geht er über die 600, halt, da waren wir im 2-Stunden-Start unterwegs, als wir das gesagt haben, Wie gesagt, geht er über die 600 drüber, hat er nochmal das Zeug hier in die 670-700 vorzudringen und vielleicht sogar auch in die 775, wo er dann deutlich mehr Gegenwehr zu erwarten werden sollte. Ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Die Gegenwehr kam jetzt schon von 670-700, bisschen unter der Erwartung, verteilte ich hier seine Trendlinie wie der letzte Krieger von sonst was, keine Ahnung. Und sozusagen muss er sogar noch in der Erholung als aktiv gewertet werden, das heißt, so blöd das klingt, oberhalb von 600 kann er zum Freitag die ganze Show einfach wiederholen, ja. Also nochmal 670-700 anpeilen, wenn er hier über 600 nach oben drückt, kann über der 700 auch die 775 anschießen, die bleibt weiterhin elementar wichtig, da oben 700 bis, äh, halt, 775 bis 800 als große Entscheidungszone dann auf der Oberseite, das bleibt weiter wichtig, und, ähm, ja, die Erholung ist nach wie vor möglich schwer. Im Tagesschart jetzt die zweite Kerze drinne, äh, ich hatte ja schon sowas ein bisschen vermutet, weil wir ja den Vergleich gezogen hatten mit hier drüben, da ging er ja auch so hoch, stieß über das Vortageshoch drüber, kam dann wieder zurück, macht sogar eine rote Tageskerze, deswegen hat man gesagt, sollten wir hier vielleicht auch erwarten, dass er hochsticht, der Gedanke war jetzt die 775, nicht die 670, ja, aber dass er dann eben wieder zurückzieht, und ich hatte auch so sinngemäß gesagt, dass es nicht verboten wäre, dann eine rote Tageskerze zu stellen, würde ihn trotzdem aktiv in der Erholung lassen, jetzt hat er sogar eine grüne Tageskerze gestellt, hat sich aber, wenn man hier das weiterhin vergleicht, wie wir es ja gestern schon gemacht haben, ähm, sehr ähnlich wieder verhalten, wie das hier unten schon der Fall war. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass der Verlauf jetzt hier auch wirklich so weitergeht, wie das hier ist, aber solange er erstmal drinnen bleibt, sollten wir ihm das jetzt auch anrechnen, sollten dieses Muster bedienen, und erst wenn er das auslöst, was anderes macht, ähm, auch in das andere reingehen, und das wäre ein tieferes Tief unterm Vortag, das hat er ja hier an keinem einzigsten Tag gemacht, aus hier hinten mal kurz bevor er durchgeboostet hat, ja, ansonsten sind die Tiefs stetig gestiegen, das sieht man hier bis oben an die Spitze, und deswegen würde ich hier schon sagen, unter 500 bleibt erstmal die Abrisskante, oder ich würde nach wie vor nicht gerne mit der 5,30 arbeiten, auch wenn die eigentlich populärer ist, aber würde ich schon sagen, unter 500 geht das Risiko nach unten auf, in die 4,50 rein, hier ist der Gap-Close noch, ja, übrigens das Gap hier oben, das war schon zu, da hatte jemand geschrieben, das ist nicht zu, wir schauen hier, müsst ihr auch darauf beachten, den 3XJN an, ja, wir analysieren hier den 3XJN, wir analysieren hier den Xetradax, ja, und der 3XJN, der bildet eben den amerikanischen Handel am Arm mit ab, der hört nicht einfach 17,30 Uhr auf, ja, es existiert danach die Welt nicht mehr, sondern der geht bis 22 Uhr und macht dann zusammen mit den Amerikanern zu, deswegen arbeite ich lieber mit dem, weil der eben das noch mit abbildet, und dadurch nicht so viele Fehlsignale gerade im Tagesschart generiert, wie das der normale Xetradax macht, und damit haben wir Schlusskurse auch 22 Uhr, und das wurde schon am Vortag geschlossen, hier das Gap, ja, also, insofern, das Gap nach oben ist zu, das hier unten ist noch offen, ja, die 4,50, so, kriegt ihr uns also unter die 500, wäre die 4,50 noch eine Anlaufstation, und dann müsste man halt wirklich schauen, wie viel Wumms kommt da nach oben, ja, ich würde ja fast eher vermuten, wenn das jetzt hier wirklich abbricht, aus diesem Raster rausspringt, dass er dann eben auch noch eine Station tiefer geht, und dann können wir hier auf 2-Stunden-Ebene gehen, ja, bis 3,35, 3,60 dann auch runterrödelt, und letztendlich sogar vielleicht auf das offene Gap bei 18,200 dann noch anspielt, wartet mal, wo war denn hier ein Gap, hier war noch ein offenes Gap, guckt mal hier links, ja, hier, und hier unten ist ja auch noch ein offenes Gap, also, da sind noch, da ist noch genug Platz auf der Unterseite, ähm, 200, 2 Stunden, die liegt ja auch gut, nicht ganz so wichtig, ja, aber ich würde schon erwarten, wenn er dann hier eben durch die 4,50 nach unten durchmarschiert, das dann auch wirklich noch einiges aufgehen kann, 3,60, 3,35 bleibt natürlich als alte Range Mitte, ähm, auch ein wichtiges Zwischenziel, ja, wo sich vielleicht auch einen Teilverkauf anbietet, für die, die short gehen, wenn in eine 500 bricht, ähm, Punkt, das ist es, so wird es schon abgrenzen, ähm, bleibt er hier weiter am Ball, stellt uns höhere Hochs, die konsequent hier durch, wie das hier von unten schon im Augusta-Fall war, lasse ich ihm erstmal den Spielraum nach oben, rechne allerdings auch bei 7,75, 800 mit deutlich Gegenwehr, und wird hier jetzt erstmal sagen, also wenn er über 600 wieder hochdrückt, dann lasst man in die Erholung weiter, also dann, ja, was soll man sich dagegen stellen, wenn er so beharrlich bleibt halt, ne, das ist zwar ein bisschen anstrengend, das ist vielleicht auch ein bisschen nervig, dolles Geschiebe, anderen gefällt wiederum, das Geschiebe ist gut, die kommen da gut zurecht, die mögen es gar nicht so, wenn er dann, wie hier am Stück, einfach nur durchrennt, ich bin eher mehr ein Kumpel von sowas, ja, mir macht das, krieg hier, in so ein paar Tagen krieg ich 10.000 Mal mehr Gewinn rein, wie in, wie in diesen ganzen Seitwärtsphasen, sitze manchmal sowas auch einfach nur aus, gucke dazu, mache da gar nicht viel im Markt, ja, und versuche dann eher wieder auf den langen Strecken, ähm, die Punkte rauszuholen, wenn man leichter mit Gewinn ausbauen und sowas arbeiten kann, das klappt ja in der Seitwärtsphase so nicht, das sind einfach unterschiedliche Phasen, funktionieren unterschiedliche Techniken gut, man kann sich das eine aneignen, das andere, man kann auch probieren, beides zu machen, in der Regel ist man dann aber in beiden nicht ganz so gut, ja, wie wenn man sich einfach auf irgendwas fokussiert und spezialisiert, aber das obliegt jedem selbst, achtet nur da drauf, was liegt euch mehr, was liegt euch weniger, ja, und wenn ihr im Seitwärts gut seid, dann habt ihr bestimmt am Freitag auch noch Spaß, ja, da könnt ihr erst am Montagdienstag dann aus dem Raster springen, wobei, wenn man hier guckt, da waren es ja schon fast zwei Wochen, ja, bis der angefangen hat, richtig rauszutreiben, vorher, das war ja nur Geschiebe und Gestammel hier, ja, der letzte Tag hier, da war ja, da war ja absolut gar nichts mehr los, Hochhammer 9,21 gehabt, das Tief, naja, gut, knapp 100 Punkte in der Spanne noch, ja, da hat er jetzt ein bisschen mehr gemacht, aber wir gucken mal, ja, ich würde bloß die Kanten setzen, eben 500 würde ich nach unten das Risiko einfach öffnen, Chancen unten sehen, das hat auch jemand kommentiert, warum erzählst du so einen Scheiß, also sinngemäß, er hat es nicht so geschrieben, aber warum erzählst du so einen Scheiß mit, kann fallen, wenn der Pfeil da oben steht, also dieser Pfeil, der steht wirklich schon seit Monaten hier drin, bevor der Markt auch überhaupt drüber gelaufen ist, wie alle anderen unsere Pfeile auch, ja, und die Morgenanalyse bezieht sich immer auf den nächsten Tag, wenn wir, wenn ich für den Freitag nach unten analysiere, ja, und er macht am Freitag aber ein Signal, nachdem er runtergefallen ist, für nach oben und springt danach wieder in so einen Pfeil rein, bleibt er trotzdem stehen, weil er, der Pfeil bestimmt für uns das Ziel, wenn der das hier oben gehalten kriegt und hier draußen steht und momentan probiert er das noch, ja, also der hat hier, wenn er hier oben wieder drüber kommt über den Trigger, locker das Potenzial, das dann auch auszufahren, ja, da war einer ein bisschen böse gewesen, so nach dem Motto, warum wir das nach unten analysieren, ja, weil das Risiko eben bestand, dass er nach unten gerutscht ist und hat er ja dann auch gemacht, das ist die Morgenanalyse für den nächsten Tag, halt, ne, geht nur um den nächsten Tag hier, alles darüber, macht man eine Jahresausflächsanalyse oder dann halt in unseren zweiwöchentlichen Webinaren im Premium-Dienst, wo wir das dann einfach immer gegenweppen und ein bisschen kontrollieren, wo wir liegen, wo wir stehen, wo es weitergeht, aber das ist eine Morgenanalyse, da geht es wirklich nur darum, wo man morgen seine Chancen und seine, äh, äh, Punkte holen kann, ja. Gut, Freunde, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und, ja, dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, oder Sonntag viel mehr, ja. Macht's hübsch, schönes Wochenende, ciao.